Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einem weiteren Was-Keim-Denn-Da-Video. Und zwar seht ihr es schon hier, richtig schön viele Sämlinge. Und zwar ist das hier die Tecoma fulpha subspecies quarume. Und zwar ist das eine Pflanze, die stammt ursprünglich aus Peru, also Südamerika. Ihr kennt die verwandten Trompetenbaumgewächse, die sehr viele mittlerweile im Garten ausgepflanzt haben. Und zwar handelt es sich ja dabei dann um die Camsis radicans, die allerdings aus dem südlichen Nordamerika stammt und deutlich winterhärter ist. Diese hier, die Tecoma fulpha subspecies quarume, ist nur bis minus 5 Grad. Ja, winterhart will ich in dem Fall nicht sagen, aber sagen wir mal frostfest. Und ihr seht, sehr viele sind gekeimt, richtig toll. Man kann es noch erkennen, die Samen sind solche geflügelten Samen. Funktioniert nicht immer mit der Aussaat. Muss man Glück haben, dass es frisches Saatgut ist, das dann auch wirklich so erfolgreich keimt. Und diese Pflanze bildet orange-rote Blüten aus, wobei man die Hauptblüte eher mit hellem Orange bis teilweise sogar Gelb bezeichnen kann. Und dann ist sie außen am Kelch bis dunkel, kräftig dunkelrot gefärbt, was auch wirklich sehr hübsch ausschaut. Deswegen fand ich das sehr spannend und ich wollte sie aussäen und mal schauen, wie sie sich denn so entwickelt. Diese Pflanze, wie gesagt, zählt zu den Trompetenbaumgewächsen, die Bignoniceen. Und da ist es wirklich sehr spannend, ob sie dann auch dieses Jahr blühen wird. Denn die Hauptblütezeit ist der Sommer und der Herbst. Ich denke allerdings, dass es frühestens im zweiten Jahr der Fall sein wird. Mal schauen, wie sie sich weiterentwickeln. Sie sind auf jeden Fall super erfolgreich gekeimt, wie ich meine. Wenn ihr auch schon Pflanzen aus der Familie der Trompetenbaumgewächse ausgesät habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungswerte teilen würdet. Standort für diese Pflanzen, sobald sie mal umgetopft wurden, also pikiert worden sind, wäre sonnig bis halbschattig. So wie man das auch eben bei der Verwandten Kamsis radikans kennt. Am besten volle Sonne, das gefällt ihnen am besten. Und ich finde es richtig cool, wie sie erfolgreich gekeimt ist. Deswegen wird es auf jeden Fall zukünftig auch weitere Videos geben. Und wenn ihr Fragen habt zu dieser Pflanze oder anderen Trompetenbaumgewächsen, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.